hallo grüß gott ich verlange court quest 6 jetzt quote quest 6 es geht jetzt los jetzt geht es los 3 2 1 sehr gut nice bohos bohos german is such a cool language looking for a german girlfriend i have a boyfriend and she too so wollt ihr unter unserem kampfleer sein müsstet ihr nur mal so winken so da nach vorne so so Ja. 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 Look at this one. That looks nice. Am I the only one from India here? What? Am I the only one from India here? You're from India, yeah? Maybe you can make a thing about your neck. Like, I'm from India, who else? And then stay there, maybe. Tja mein, da fehlt mir glatt der Gaudi-Zapfen vom Baum. Jungs, ich liebe euch. Danke. Ich bin schwul. Ich nicht, sorry. Lulululu? Nee, sorry. Lulululu! 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 Hi. Hello. German is such a cool language, sounds awesome. No, we are Spanish. Spanish? Oh. Taco. Taco. Taco ist Mexikanisch. Que pasa! Que pasa! Que pasa! Que pasa! Que pasa! Y su nombre es John Cena! Hey, wie war die Stimmung in der DDR? Keine Ahnung. Sie hielt sich so ziemlich in Grenzen. Aha! Ah! 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 Jungs! Ich liebe euch! Ich liebe euch! Hallo! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Ja! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Tschüss! Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Oh Gott! Gut! Kennt eigentlich jemand von euch nach Herodes Abendloch? Entschuldigung! Nunu, 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 nunu. Ich weiß nicht. Nachkick. Na, na, na. Sehr gut. Hallo, Leute, ich wechsle jetzt mal in den Vlogmodus. Ich finde, es gibt hier einfach so wundervolle, tolle Leute hier die ganze Zeit. Guckt euch an, wie toll die alle aussehen! Klasse! Soll ich übersetzen? Ja, on the fly, so. Während ich spreche, musst du Englisch sprechen. Hallo Leute! Wie geht's ab? Wir haben uns heute mal gedacht... Wir begrüßen mal die Leute, die wir persönlich kennen und die uns bei Patreon unterstützen. Oder die uns schon ewig verfolgen. Long time. Und da haben wir uns mal richtig was gegönnt. Haben uns eine Donatorenwand. Und haben uns richtig was gegönnt für euch. Leute, ja, die kennen uns persönlich und unterstützen uns und das ist für euch. Just for you. Jetzt mach doch noch mal. Mach mal Aktion. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gerade mal als Erklärung. Die halbe Sekunde. Die halbe Sekunde. Die halbe Sekunde, Alter. Diese... Dieses Instrument war eigentlich... Machst du was? Ihr hattest halt echt genau gleichzeitig, diese Eingebung, Alter. Also ganz kurz, wir wollten grad was filmen. Aber uns ist halt grad gleichzeitig aufgefallen, kein Sound da. Also es wäre jetzt Quatsch geworden. Ich hab grad Luft und denkst so, Moment mal, wie laut muss ich das jetzt eigentlich sagen? Hallo Batman, hier ist Joker. Meine Spielsachen machen. Du ziehst fressen wie beim Poker. Ich kann aus ganzem Rachen lachen.